Der neueste Community-Crunch ist da. Und welche spannenden News für Asa wird Wildcard und so geleakt haben? Da ist so viel Potenzial, Screenshots, vielleicht sogar Gameplay? Und die Antwort lautet nichts. Nichts. Nur eine Info, dass die Office gespeichert sind und sonst Community-Bilder. Also irgendwelche Bilder, die die Community gemalt hat. Oder Community-Videos, also YouTube-Links. Sonst nichts und das Spiel kommt in drei Wochen raus? Ja, muss ja nicht, ne? Und die anderen sind auch so begeistert wie ich, wenn man mal die Kommentare liest. Hier wird gefragt, warum es überhaupt einen Community-Crunch gibt, wenn es nichts zu crunchen, also nichts zu releasen gibt. Oder hier schreibt einer, andere Games bringen Bilder heraus. Oder irgendwelche Nouns, also Bekanntgebungen. Irgendetwas von Interesse und hier nichts. Und dass er mittlerweile schon das Interesse an Asa verliert. Oder der hier bringt es auf den Punkt Trash. Der hier merkt auch an, dass Ark 2 schon mal eine Steam-Page hat, Asa aber noch nicht. Und das Spiel soll in drei Wochen rauskommen. Mittlerweile wird gemuggelt, ob es das Spiel gar nicht gibt. Wer weiß.